Babys nehmen mit jeder Situation Wissen und Fertigkeiten auf, um somit ihre Wahrnehmung zu schulen. Neue Situationen sind besonders lehrreich. Bei bekannten Situationen können sie Gelerntes und Wissen verinnerlichen und ausbauen. Dies ist ein Grund, warum Babys ständig Bewegungsabläufe und Situationen wiederholen. Unter Situationen verstehen sich Spielsituationen oder ausgeführte Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Legen eines Steckerls von der einen zur anderen Hand. Für das Waldmikado werden viele verschiedene Steckerl in unterschiedlicher Länge, Form und Dicke gesucht. Aus den gefundenen Steckern wird ein Steckerlhaufen gelegt. Somit können die Babys ein Steckerl nach dem anderen rausziehen, genau erforschen und zur Seite legen. Nun ist das nächste Steckerl dran. Neben der einzelnen Teile ist auch die Veränderung des Steckerlhaufens interessant. Wurden alle Steckerl genommen, können die Babys selbstständig probieren, einen Steckerlhaufen zu machen. Gelingt es nicht oder wird das Baby frustriert, kann gerne geholfen werden. Steckerl. Gelingt es nicht oder wird das Baby frustriert, kann gerne geholfen werden. Das Baby frustriert, kann gerne geholfen werden, weil das Baby frustriert, ist ein Wie geht das Baby bewerben. Wie geht das Baby und das Baby, sind die Baby, die Baby, die Baby zu steckerlhbung haben. Vielen Dank.